Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast-Episode hier auf dem Berlin-Babel-Podcast, dem ersten Crossfit-Podcast in Deutschland. Hier sprechen wir jede Woche über verschiedenste Themen rund um körperliche und mentale Leistungsfähigkeit, Ernährung, Training, Leistung steigern, Leistung erhalten oder einfach nur gut aussehen. Alles rundherum, dass man sich in seinem eigenen Körper besser fühlt. Ich bin Fritz Reinke von Berlin-Babel und sitze hier heute mit Sebastian von Berlin-Babel und Sebastian hat ein Thema mitgebracht. Richtig, ich habe heute, oder wir haben ein bisschen geredet, gerätselt, was wir Schönes machen können. Und da wir ja gerade unser Lieblings-Zeitraum sind, unsere Lockdown-Phase und ziemlich geil eigentlich auch dennoch viel Training läuft gerade, auch bei dir und aus dem Outdoor, finde ich ziemlich cool. Habe ich die Frage in die Runde geworfen, ist es möglich, hinsichtlich was Crossfit angeht? Erstens, entweder kann man seine Muskelquerschnitt oder generell seine Kraft oder seine Muskelmasse dennoch erhöhen, wenn man kein richtiges Equipment hat oder gar kein Equipment hat. Das ist so die erste, wenn ja, wie, wenn nein, okay. Und die zweite Frage, die so ein bisschen in den Raum geworfen habe, ist, kann ich es dennoch schaffen, meine Kraft zu erhalten? Sei es zum Beispiel, ich habe einen Backsquat von 150 nach einem Jahr Lockdown ohne große Equipment oder gar kein Equipment, dass ich aus dem Jahr rausgehe und immer noch meine 150 backsquatten kann. Wenn ja, wie, wenn nein, blöd. Das sind so die Fragen, die ich jetzt so einfach mal in die Runde geworfen habe und das werden wir jetzt, glaube ich, mal erörtern, würde ich sagen. Also Frage 1, kann man seine Muskulatur, seine Muskelmasse mit dem Training ohne Equipment erhalten? Frage 2, kann man seine Kraftwerte mit Training ohne Equipment erhalten? Oder sogar, wenn man möchte, sogar noch verbessern. Das heißt, dass ich mehr heben kann als vorher. Okay, in der Theorie gesehen würde es fast auch schon bedeuten, wenn du etwas erhalten kannst, dann kannst du es theoretisch eigentlich auch verbessern. Aber dazu kommen wir. Ich glaube, dass die Frage ganz schwer zu pauschalisieren ist, weil es ganz stark darum geht, über welches Niveau von, ich sage jetzt mal, sportlicher Anpassung reden wir. Wenn wir über einen Olympioniken-Gewichtheber reden, der auf dem höchsten Niveau ist im internationalen Vergleich mit den Menschen, die sonst irgendwie Gewicht heben, für die wird wahrscheinlich es sehr, sehr schwer sein, ohne eine lange Hante und ohne extrem hohe Lasten die Anpassung des Körpers aufrecht zu erhalten, die ja nur stattgefunden hat aufgrund von extrem hohen Gewichten. Krasse Beispiele, keine Ahnung, Tiang Tao, chinesischer Gewichtheber, Lascha Talahatze, Nico Müller aus Deutschland, die sind professionelle Gewichtheber und der einzige Weg, um diese Anpassung auf dieses Niveau zu bekommen, abgesehen von ein paar Substanzen in Einländern und eher so keine Substanzen in Deutschland, ist natürlich eine extrem sportspezifische Anpassung an den Sportgewichtheben. Und sobald die aufhören würden, diese Frequenz an Training da zu haben, werden sie, und die Verfügbarkeit von Gewicht, werden sie diese Anpassung, die sie haben, definitiv ein Stück weit einbüßen müssen. Ja gut, das ist mir eigentlich völlig klar. Die Frage ist halt, wie viel kennst du hier, die in diesem Podcast hören, die jetzt leistungsprofessioneller Gewichtheber sind? Aber ich glaube, das ist ein guter Startpunkt, um das zu verstehen, dass man schauen muss, okay, was bedeutet das jetzt trotzdem für den Orthonormal-Trainierenden oder für den Hobby-Trainierenden, sage ich mal, und welche Konzepte würden wir jetzt generell in dem Bereich anwenden, wenn es darum geht, worüber sprechen wir eigentlich? Also das Entscheidende ist, ich würde bei der ersten Frage anfangen mit dem Muskelquerschnitt. Ein Muskelquerschnitt oder eine Muskelquerschnittsvergrößerung geschieht prinzipiell durch hypertrophieorientiertes Training bzw. Training zum Muskelversagen. Und darauf findet eine körperliche Anpassung statt, die dann, um jetzt mal im Survival-Standpoint das Ganze zu betrachten, der Körper bekommt einen Input rein, von wegen, du bist nicht belastbar genug, um dieser Belastung zu widerstehen. Anpassung des Körpers ist okay, wir brauchen von Struktur XY mehr. Okay. Fertig. Ja. Das heißt, wir bauen dadurch Muskeln auf. Dieses Training zum Erhöhen des Muskelquerschnitts, je nachdem, auf welchem Niveau, können wir rein theoretisch auch mit dem eigenen Körpergewicht ausrufen. Wir können sagen, wir machen Push-Bewegungen mit dem eigenen Körpergewicht, wie zum Beispiel Push-Ups, wir können Dips machen, wir können Handsome Push-Ups machen, wir können alle möglichen Zugbewegungen machen, wir können dann Halteübungen aus dem Calisthenics reingehen und wir können all diese Bewegungen auch zum Muskelversagen trainieren. Wir können auch sagen, wir haben so eine krasse Vorermüdung, dass wir beispielsweise einen Klimmzug bei 6, 7 Wiederholungen zum Muskelversagen trainieren können. Oder wir sagen, hey, wenn jemand super, super, super krass ist in Klimmzügen, ja, dann macht ihr halt mal eine 10 Sekunden Negative bei jeder Wiederholung und zieht bis hoch zur Brust. Oder wir gehen in den Bereich, man sagt, man macht sogar Sachen wie Strict Muscle-Ups, gerade im Zugbereich gibt es da ohne Ende Möglichkeiten und im Push-Bereich auch. Man kann innerhalb jeder Bewegung die exzentrische Bewegung, also das negative Ablassen des Gewichts gegen die Schwerkraft, unendlich in die Länge ziehen. Und somit kommt man immer relativ gut auch zu einem gewissen Reiz des Muskelversagens. Allerdings wird dieser Prozess im normalen, sag ich mal, Krafttraining mit Gewichten extrem vereinfacht, weil man sehr viel einfacher, sehr viel Last drauf bekommt, um so sehr viel schneller zum Muskelversagen kommen zu können. Gut, das heißt also, wenn ich jetzt zu Hause bin und habe nichts, also habe weder, okay, man hat ja immer irgendwie Gewichte davon abgesehen. Sagen wir, wir haben gar nichts. Wir haben gar nichts. Das heißt also, um grundlegend zu sagen, ich gehe raus aus dem Training des Boxes zu, habe einen Backsquat für 150, ist immer eine schöne Zahl so, und gehe jetzt an mein Training und setze mich jetzt an meinen Carport und fange jetzt an, meinen Quadrizeps zu maltrizieren. Und sage also, gut, für 150, was muss ich im Endeffekt tun, damit man das jetzt aufrechterhalten wird erstmal. Weil viele sagen sich ja halt, okay, ich kann keine Gewichte heben, also werde ich jetzt auf jeden Fall nach diesem einem Jahr rausgehen und nur noch vielleicht 120 Backsquatzen können, weil es vorbei ist. Weil ich habe ja keine Gewichte. Ich werde also niemals es schaffen, in diesem Jahr so stark zu bleiben. Das werden viele auf jeden Fall sagen. Da kenne ich sogar ein paar, die das sagen werden. Grundsätzlich würde ich sagen, dass die Annahme gar nicht so verkehrt ist. Aber wenn eine Annahme gar nicht so verkehrt ist, ist sie meistens auch gar nicht so richtig. Das heißt, Maximalkraft bedeutet unsere Fähigkeit, innerhalb einer bestimmten Bewegung so viele Muskelfasern wie möglich gleichzeitig kontrahieren zu lassen. Dafür, um als Output so viel wie möglich Kraft aufzubringen in eine Richtung. Das bedeutet, sehen wir zum Beispiel die Kniebeuge. Ist die Kniebeuge eigentlich nur ein so schnell wie möglich Abspringen nach oben, nachdem wir das Gewicht nach unten bremsen mussten. Nur wir können nicht besonders schnell hoch springen, weil wir sehr viel Gewicht auf den Schultern haben. Muss man vereinfacht so haben. Das heißt, die Anpassung, die wir da haben, ist die Fähigkeit, so schnell wie möglich und gleichzeitig wie möglich Muskelfasern gleichzeitig in einer Bewegung kontrahieren zu lassen. Diese Fähigkeit ist natürlich abhängig davon, also die Fähigkeit ist abhängig davon, wie wir das trainieren. Aber der Output an Gewicht ist abhängig davon, wie viele Muskelfasern oder wie starke, wie große Muskelfasern lassen wir kontrahieren. Desto dicker dein Muskelquerschnitt ist und desto stärker er ist, desto mehr Muskelfasern du davon gleichzeitig kontrahieren lässt, desto stärker ist deine Maximalkraft. Das heißt, jemand, der einen dickeren Oberschenkel hat, ich habe zum Beispiel relativ dicke Oberschenkel, der hat an Maximalkraftpotenzial grundsätzlich erstmal mehr. Kann aber sein, dass jemand, der deutlich dünnere Beine hat, eine viel bessere Fähigkeit hat, diese Muskelfasern kontrahieren zu lassen und der beugt zum Beispiel viel mehr Gewicht. Wenn man sich zum Beispiel anguckt, ich wiege 95 Kilo, beuge so 230, 240, dann gibt es aber ein paar 71 Kilogramm Gewichtheber aus China, die beugen mit 73 oder 72 Kilogramm, beugen die 280. Und deren Beine sind wesentlich dünner als meine. Und trotzdem bewegen die viel mehr Gewicht, weil sie besser daran sind, diese Muskelfasern gleichzeitig kontrahieren zu lassen. Die Fähigkeit, die Muskelfasern gleichzeitig kontrahieren zu lassen, lässt sich auch mit dem eigenen Körpergewicht gut trainieren. Und zwar in den Trainingsmethoden, die man dafür braucht, also dem Muskel beizubringen, schnell Muskelfasern kontrahieren zu lassen. Sprünge, kurze Sprints, alles was extrem, ich sage jetzt mal wirklich, schnell kräftig ist. Damit können wir diese Fähigkeit verbessern. Was aber schwerer ist, zu machen ohne Gewicht, ist, wie vorhin schon angesprochen, den Muskelquerschnitt zu erhöhen. Und dann gibt es noch eine dritte Komponente und die ist sehr wichtig, wenn es darum geht, dass wir ja eine spezifische Anpassung haben wollen. Natürlich hat das Trainieren der plyometrischen Kraft, also der Fähigkeit, das eigene Körpergewicht so schnell wie möglich zu bewegen, einen großen Übertrag auf unsere Maximalkraft in der Kniebeuge. Aber den bestmöglichen Übertrag auf unsere Maximalkraft in der Kniebeuge hätte die Kniebeuge selber. Das heißt, bei jemandem, der sehr, 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 sehr weit ist in seiner Entwicklung mit einer Kniebeuge, ich würde jetzt sagen, 150 Kilo als Mann ist noch so medium, eher am Anfang. Man trainiert jetzt vielleicht ein, zwei Jahre, regelmäßig daran stärker zu werden. Ich sage auch immer, okay, ich bekomme die meisten innerhalb von ein, zwei Jahren auf eine doppelte Körpergewichtskniebeuge, wenn sie nicht so viel Erfolg kaputt hatten. Aber das kann man also relativ schnell machen, das ist nicht so ein krass weiter Weg, wenn man hart trainiert und dranbleibt. Aber so 150 Kilo zu erhalten mit dem Training mit dem eigenen Körpergewicht, klingt für mich erstmal nach einer Sache, die kann man voll schaffen. Allerdings, wenn man jetzt seit März letzten Jahres schon nicht mehr trainiert hat daran und jetzt sagt, ich erhalte das jetzt, ist das schon vielleicht ein bisschen zu spät dafür. Also jetzt damit anzufangen, die Maximalkraft vom letzten Jahr März zu erhalten, ist leider ungefähr 13 Monate zu spät. Wird man das dann schaffen können, dann wieder, ohne das Ganze dann wieder darauf zurückzukommen? Weil du meintest ja, es würde gehen. Das heißt also, gut, ich weiß natürlich jetzt nicht, wo dann die Werte liegen. Ich glaube theoretisch, wenn man halt nicht sich mit diesem Prozess des Erhaltens so krass beschäftigt hat, wird man relativ viel Muskelquerschnitt verloren haben. Also man wird Muskelmasse verloren haben, wenn man gar kein Equipment zur Verfügung hat. Ich würde jetzt sagen, wenn du eine schwere Kettlebell hast, schwer, keine Ahnung, 20, 24, 28, 32, mit der kannst du verdammt viel machen. Mit einem Gewicht. Wir machen unsere Outdoor-Workouts ja auch nur mit Kettlebells. Wenn du gar keine externen Gewichte zur Verfügung hast, was ich so nicht glaube, weil fast jeder hat eine Freundin, ein Kind, ein Hund, irgendwas, um was zu erschweren, jeder hat irgendwas zur Verfügung. Also du kannst einen Stein nehmen, du kannst eigentlich fast alles nehmen, aber sagen wir, du hast gar keine Möglichkeit, irgendwas zu beladen. Dann wird es schon schwer, Muskelmasse zu erhalten und wieder aufzubauen, wenn du es nicht gemacht hast. In der Theorie würde es aber trotzdem funktionieren können auf einem gewissen Niveau. Es ist immer nur eine Frage von Strukturierung und von Aufwand, den du betreibst. Du wirst wahrscheinlich ohne Gewichte wesentlich, wesentlich mehr trainieren müssen für den gleichen Wachstumsreiz oder Anpassungsreiz in der Maximalkraft, als du mit Gewichten trainieren müsstest. Das heißt, Training mit Gewicht beschleunigt den Prozess in der Maximalkraft, viele Muskelfasern gleich sich konnte hinzulassen. Bestes Beispiel, legt euch mal eine Beinpresser, macht so viel Gewicht drauf, wie ihr einfach nur rausdrücken könnt aus der Startposition. Eine Wiederholung, das ist maximales Rekrutieren von Muskelfasern gleichzeitig. Maximale, maximale Kraft. Maximal, maximal Kraft ist das. Nicht schnell, aber ganz, ganz viel Muskelfasern gleichzeitig dazu bringen, kontrahieren zu müssen. Das kriegst du ganz, ganz schlechthin mit einem Air-Squad. Ja. Du kriegst viel schwerer so ein krasses Feedback, egal wie viele Wiederholungen du machst. Oder Time and Attention zu bleiben, zum Beispiel. Ja, aber du hast viel weniger Last. Ja, das ist richtig. Und das ist halt, also das ist ein ganz klar, also der ganz klare Vorteil von Gewicht einfach. Und auf der anderen Seite kannst du natürlich mit Sprüngen sehr viel machen, aber auf Sprünge kriegst du auch nicht diese Lasten ohne eine extrem höhere Belastung auf den Bandapparat deiner Gelenke. Ich muss zugeben, also dieses, wo es angefangen hat, wo ich halt auch zu Hause trainiert habe, habe ich ja auch Sprints gemacht, Sprünge gemacht, um einfach dem Ganzen entgegenzuwirken. Aber ich muss ehrlich zugeben, bei mir ist es eher nicht passiert, dass ich so kaputt war oder besser so erledigt war, als hätte ich mit Gewichten gearbeitet. Eigentlich war es eher so, die Muskulatur hat angefangen zu brennen und es war dann halt einfach, dass ich nicht mehr laufen konnte. Und in dem Sinne, weil es halt mehr so sozusagen gegen Muskelermüdung ging, aber nicht so, als wäre ich jetzt zum Beispiel, als hätte ich eine schwere Wiederholung gemacht, dass ich das Ding absetze und sage mir, wow. Genau, also im Endeffekt ist ja auch Ermüdung immer zu separieren, was für eine Ermüdung haben wir. Wenn du einfach nur eine globale Ermüdung hast im Bereich deines Nervensystems, dann fühlst du dich meistens, dann tun die Muskeln nicht weh, sondern du fühlst dich einfach nur wie erdroschen so. Also du bist einfach nur so platt, so als wäre dein Kopf irgendwie platt. Wenn du jetzt aber so Outdoor-Workouts zum Beispiel ballerst und du hast ganz, ganz, ganz viel Volumen, geht ja schon mal weg von Maximalkrafttraining, dann bist du eher so ausgelaugt von wegen, du kannst den Muskeln nicht mehr bewegen. Die Muskeln sind sauer, die Muskeln brennen. Das sind alles so Wahrnehmungsgeschichten, die im Maximalkrafttraining und Muskelaufbautraining gar nicht so zuträglich sind. Weil das Beste fürs Muskelaufbautraining und Maximalkrafttraining ist ja zum Muskelversagen zu gehen. Ich sage jetzt mal bestmöglich zwischen 4 bis 15, vielleicht 20 Wiederholungen und du willst zum Muskelversagen, du willst nicht zu einem kardiovaskulären versagen. Das meiste, was wir mit Outdoor-Workouts machen, diese Crossfit-Dinger, was ja auch aus, ich meine jetzt aus einer Fitnessperspektive genau das Richtige ist. Aber wir reden ja gerade nur über Muskelaufbau. Wir reden jetzt nicht über Gesundheit, Fitness, wir reden nur darüber, wie kriegst du eine dicke Astel. So, ne, Oberarm. Naja, ist schön. Und das ist halt zu sagen, so viel Gewicht wie möglich, über so viel Range of Motion wie möglich, so schnell wie möglich zum Muskelversagen. So, innerhalb von, ich würde sogar sagen zwischen, also meine, also die Bewiderungsbereiche, die ich versuche zu forcieren, sind 4 bis 8 in groß, also großkettigen Übungen und dann 8 bis 15 in mehr, ich sage jetzt mal, eindimensionaleren Bewegungen. Damit meine ich zum Beispiel ein Seitheben oder so für die Schulter, was ja sehr axial ist. Und eine Kniebeuge oder Kreuzheben ist ja nicht axial, sondern Compound, würde man jetzt sagen. Und da versuche ich halt, da gehe ich, ich meine, ich gehe in dem Bereich selten unter 3 Wiederholungen, aber auch nie freiwillig über 6. Ne, mit hohen Lasten. Und ich habe schon relativ viele Leute dazu gebracht, dass sie relativ schnell viel Muskeln bekommen haben und bin da sehr zuversichtlich. Trotzdem muss ich sagen, das soll ja niemanden, also eigentlich möchte ich ja immer nur motivieren dazu, die Dinge zu machen, die einen besser machen können. Und mit dem eigenen Körpergewicht zu trainieren, gibt dir jede, jede Menge Möglichkeiten, Dinge besser zu werden, besser auszusehen, Muskeln aufzubauen und vor allem neue Bewegungen zu lernen. Es gibt allein mit dem eigenen Körpergewicht, ich glaube sogar die meisten Bewegungen im Crossfit überhaupt und du kannst eine ganze, ganze Menge lernen. Du könntest auf Ideen können, zu sagen, hey, ich will besser laufen können, besser springen können, besser sprinten können. Ich möchte Sachen können wie Piste-Squats, Cossack-Squats, ich möchte gut auf Sachen raufspringen können, ich möchte Treppen sprinten können, ohne mir Gedanken darüber machen zu müssen, wo die Stufen sind. Ich möchte so rennen können wie früher. Alles Dinge, wenn du dich richtig geil bewegen kannst, lernst du auch supergeil neue Bewegungen. Und Treppensprints, ich meine aus meiner Jugend im Handball, ich bin viele Treppen gelaufen, ich kenne so manche Treppen im Volkspark Friedrichshain sehr gut auswendig. Also ich kenne jede Treppenstufe, ich bin auch fast auf jede schon mal hingefallen. Ja, wie behindert mussten wir da runter rennen. Und du kannst deine Fähigkeit, schneller stark zu werden, auch verbessern, indem du mehr neue Bewegungen lernst. Das heißt, desto besser du daran bist, neue Bewegungen zu lernen, desto leichter hast du es auch, stärker zu werden in einer bestimmten Bewegung. Weil dein Nervensystem und deine Anpassung daran, Muskelfasern gleichzeitig kontrollieren lassen zu können, auch die Fähigkeit ist, wenn du sagst, du lernst eine neue Bewegung. Weil da werden auch nur Muskelfasern gleichzeitig kontrolliert. Das heißt, jemand, der jetzt vielleicht einen Backflip gelernt hat, der wird besser, der wird leichter, stärker werden können, als jemand, der gesagt hat, ja, ich mache nichts mehr, ich mache nur Couch oder ich gehe nur Joggen beispielsweise. Jemand, der mehr Variation trainiert, wird besser daran sein, in einer breiten Variation schneller, stärker zu werden. Bewegungskompetenz halt. Und das ist das Crossfit-Phänomen. Das ist das, was niemand vorher in seiner Perspektive gehabt hat, warum diese ganzen Crossfitter und Crossfitterinnen plötzlich so in dieser breiten Varianz von Disziplin fast auf einem Weltspitzeniveau ankommen. Also die ganzen Athleten im Crossfit, die sind in so vielen Disziplinen so nah dran, international fast konkurrenzfähig sein zu können. Und sobald die sagen würden, ich mache jetzt nur das, ich mache jetzt nur das, haben die so eine unfassbar breite Basis dafür, andere Athleten dort auszustechen. Und ich rede jetzt nicht von denen, die schon 28 sind. Aber geht mal in die USA und guckt euch mal die 16, 17-Jährigen an, die Crossfit machen, seitdem sie 12 sind. Wenn die sagen würden, ich gehe jetzt zum Bob-Anschieben, gut, Bob-Anschieben war schon immer so eine Sportart, ja. Die wollten mich auch als Bob-Anschieber damals an der Sportschule. Du musstest klein sein, eine starke Kniebeuge haben und geradeaus rennen können. Mir wurde leider schlecht. So, Tia Kletumi war jetzt mit Bob-Anschieben, zum Beispiel. Klassisches Beispiel. Oder Sportarten wie Zehnkampf. So, wenn du ein Zehnkampf, Zehnkampf ist wie Crossfit, nur halt ohne Gewichte. Ist relativ ähnlich. Ja, weil du hast halt viele verschiedene Varianten zu jeglicher Bewegungen. Also, du hast ja Sprinten, du hast Sprung, du hast Weitwurf, Hürdenlauf. Du hast Sperrwürf, Stabhochsprung. Das ist mega. Also, es ist sehr variabel. Es gibt ja auch noch modern Fünfkampf, Siebenkampf. Siebenkampf ist, glaube ich, nur bei Frauen. Genau, Siebenkampf. Und modern Fünfkampf ist Schießen, Fechten, Reiten, Schwimmen und Lauf. Du kannst mich jetzt mit jagen, aber es gibt einen modernen Fünfkampf. Ich glaube, ich war nicht so weit davon entfernt. Hatten wir alles bei uns an den Schulen. Die Fünfkämpfer waren jetzt nie so cool. Also, muss man ehrlich zugeben. Cool waren halt schon die, die Ballsport gemacht haben. Muss man leider sagen. Erstmal die Kirche im Dorf, ne? So. Zurück zu unserem eigentlichen Thema. Sehen wir aber durch dieses Erlernen von Bewegungen und durch diese Fähigkeit, schneller daran besser zu werden, auch einfach einen krassen Übertrag in alles andere. Und gerade, wenn es darum geht, Muskeln aufzubauen, du kannst auch Muskelaufbautraining machen mit Piste-Squats, aber dafür musst du Piste-Squats können. Du kannst Muskelaufbautraining machen mit Masse-Ups, aber dafür musst du Masse-Ups können. Du kannst Muskelaufbautraining machen mit Handstand-Walk, aber du musst Handstand-Walk können. Und jetzt gerade ist die Zeit, gerade mit dem Wetter draußen. Wetter draußen ist so geil geworden. Also, in Berlin ist ja immer geiles Wetter. Sagen immer alle, hier bin ich nicht so schlechtes Wetter. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, Berlin hat so viele Sonnenstunden wie kaum eine andere Stadt. Zumindest, wenn wir die Auto-Walks geben, regnet es nie. So, das ist halt wedding. Nee, aber das stimmt, ja. Wir haben gerade einfach... Wir haben Zeit. Und wir haben gutes Wetter draußen. Und die meisten Sachen, die wir nicht können, können wir draußen auf einem Spielplatz üben. Und wenn man keine Langhandel mit Gewichten zur Verfügung hat, was ich sehr traurig finde, Ich finde, jeder Mensch sollte zu Hause eine Kettlebells und Langhandel haben können und sollte dafür die Zeit haben, damit zu trainieren. Aber es ist nur einfach nicht bei jedem so. Andere fahren dafür ein dickes Auto. Und manche haben ein Homegym. So ist ungefähr die gleiche finanzielle Geschichte. Wobei das Auto wesentlich teurer ist und wesentlich weniger bringt. Aber jetzt ist die Zeit zu sagen, ich lerne das. Und die ist immer noch. Und Corona geht ja noch ein ganzes Jahr. Mindestens. Oder zwei. Dementsprechend denke ich, dass wir da immer noch sagen können, wenn ich jetzt noch anfange, habe ich immer noch jede Menge Zeit. Wenn ich davon ausgehe, wir Menschen werden circa 100 Jahre alt mit unserer medizinischen Versorgung. Ich meine, du bist ja in unserer medizinischen Versorgung. Und die meisten, die bei uns zuhören, werden wahrscheinlich im Alter von 70 Jahren ein ganz anderes Verständnis für Gesundheit ihres Körpers haben. Die werden viel mehr Sport machen. Die, die uns zuhören, die werden sich viel eher fit halten. Wir werden eine Generation erleben innerhalb dieser Crossfit. Die werden topfit sein. Topfit. Und wenn man topfit ist, wird man noch älter. Und wir überlegen, ich bin jetzt, ich werde dieses Jahr 25. Wenn ich überlege, dann ist ein Viertel meines Lebens erst rum. Alter, du kannst dann so viel Scheiß machen. Ich glaube eher, also ich persönlich glaube eher, wir werden nicht äh, wir werden nicht älter, wir sterben einfach nur gesünder. Hm? Wir werden was? Wir werden nicht älter, wir sterben einfach nur gesünder. Ja, ich glaube, ich glaube, der Tod und Gesundheit gehören nicht so nah zusammen. Ähm, weil Tod ist ja Ende von Gesundheit. Ne? Ähm, also ich kann von meiner Uroma zum Beispiel sagen, die hatte keine Krankheiten, die ist einfach eingeschlafen. Die ist abends eingeschlafen und morgens einfach nicht mehr aufgewacht, weil der Körper gesagt hat, okay, das war's jetzt. Das war's jetzt. Ähm, den können wir durch körperliche Leistungsfähigkeit bis, also für immer eigentlich steigern und aufrechterhalten. Natürlich, irgendwann gibt es ein vegetatives Ende. Irgendwann. Und ich meine, deine Oma wurde 95, 95 ist schon echt alt. Selbst für heutige Verhältnisse. Und das ist eine, das ist auch eine Generation, die hat zwei Kriege mitgemacht? Das, das, das ist sowieso so ein Phänomen, wenn man sich die Leute anguckt, die diese Kriege mitgemacht haben, die werden alle alt? Ja. Alle, die werden alle alt. Da wird, da ist, also die wenigstens, wenigstens sind unter 70. Die werden alle 80 und älter. Die sind alle, die sind alle bretthart. Das ist der Hammer. Die sind, ich sag, also ich sag, die sind hart im Nehmen. Die wissen, worauf es ankommt. Die wissen, wie sie da durchgekommen sind. Und die meisten von denen, die wenigsten von denen ernähren sich schlecht. Die wenigsten von denen bewegen sich wenig. Das stimmt. Die sind alle, also die lassen sich alle nicht das Leben versauen, durch egal was. Die gehen raus, die haben ihre Struktur, die stehen früh auf, die machen dann das, die haben die notwendige Disziplin in ihrem gesamten Leben. Also die, die haben die notwendige, Disziplinen dafür. Und das ist tatsächlich ein großer, großer Unterschied zu der Generation, die danach kommt, die, ich sag jetzt mal, weniger körperlich arbeiten muss oder weniger körperlich arbeiten will, je nachdem, wie man das sieht, weil eigentlich ist ja auch eine mentale Arbeit, eine körperliche Arbeit, die bequemer ist, die alle, die mehr zur Verfügung hat, ohne, also und weniger dafür tun muss, dass Dinge da sind. Und der Wandel und die Veränderung ist eigentlich das Elixier des Lebens. Das heißt, solange Veränderung stattfindet, entwickeln wir uns weiter. Der Mensch ist aber halt ein Gewohnheitstier. Das heißt, Veränderung ist gar nicht so gut. Wir wollen dann im Endeffekt in gewissen Bereichen keine Veränderung. Richtig. Und wenn das anfängt, geht es bergab. Ja, Stillstand. In jeglicher Hinsicht. Stillstand ist immer schlecht. Wenn sich etwas nicht mehr weiterentwickelt, geht es bergab. Ja. Weil die Reproduktion der Zellen wird dann langsamer. Weil wir unser Gehirn nicht mehr dazu bringen, schneller zu reproduzieren, sondern stillstehen. Und Stillstand heißt dann Rückgang. Und Rückgang heißt dann, es geht nicht mehr so wie vorher. Das heißt, auch als sportlicher Bezug, ich erhole mich ja nicht mehr so schnell wie früher. Ja. Deshalb. Ja. Das ist der Grund. Und natürlich kommt dann so hormonelle Geschichten mit rein. Und der Mann ist ja nicht mehr 16. Ja. Heißt aber nicht, dass man so viel weniger belastbar sein kann. Ich kenne genug Leute, die sind mit 80 noch verdammt belastbar. Die sind mit 80 belastbarer als manch anderer mit 55. Also ich bin übrigens jetzt oder generell vor zwei Jahren bei ich belastbarer als mit Anfang 20. Gutes Beispiel. Ich beispielsweise auch, glaube ich. Ich glaube, ich bin wesentlich belastbarer als mit Anfang 20. Aber Anfang 20 ist noch nicht so lange her. Bei mir schon ein bisschen mehr. Das ist richtig. Nichtsdestotrotz bin ich jetzt auf jeden Fall belastbarer, auch körperlicher belastbarer als ich mit 21 war. Obwohl es ja eigentlich von der Logik her falsch wäre. Weil ich bin ja älter geworden. Also müsste ich ja theoretischerweise das Ganze nicht so gut verkraften können. Vielleicht warst du mit 20 aber tatsächlich auch nicht so belastbar. Deswegen sage ich ja, ich bin ja heute belastbarer als körperlich auch. Oder ich habe einfach nicht mein Potenzial genutzt. Ausgenutzt. Vorher. Vorher schon. Die wenigsten Menschen nutzen, glaube ich, ihr physisches Potenzial. Einfach, weil nichts um uns rum uns dahin treibt. Also unser Potenzial auszuschöpfen, wäre mit sehr hartem Training, sehr harter Disziplin und sehr viel Aufwand verbunden. und wir werden in unserer Gesellschaft sehr wenig an den Rand unserer, also an den Rand des machbaren getrieben, um darüber hinaus zu kommen. Weil der ist, der menschliche Körper ist so unfassbar belastbar. Wir haben so ein krankes Potenzial und nur die ganz wenigen, ganz wenigen, also ganz, ganz wenige haben die Ausdauer dafür, das zu verkraften und die sehen wir immer als die Laschet-Talachatze, als die besten Sportler der Welt, als die Cristiano Ronaldos. Das sind die, die das bis an den Endgrad treiben, weil das dauert eine ganze Weile. Man kommt mit 20 noch nicht ans Ende, sondern man ist dann da am Anfang. Da geht es erst los, richtig. Aber, um wieder back to the Thema, ja, das war jetzt ja auch richtig, weil Leistungsfähigkeit, hast du ja gesagt, die Aussage von wegen, schaffe ich es, ohne mein Equipment weiterhin kräftig zu bleiben oder es sogar so weit hinaus zu treiben, dass ich sogar nach diesem Jahr kräftiger rauskomme, als es vorher der Fall war. Kräftiger rauskommen, ohne Equipment nein, vielleicht hast du aber die Fähigkeit, viel schneller, viel stärker zu werden als vorher, weil du bessere Grundlagen hast. Also muss man der Tatsache ins Auge sehen, wenn ich vorher einen 150, 160er Blacksquart habe, werde ich höchstwahrscheinlich nach einem Jahr Lockdown nicht rauskomme und sage, so als werde ich 170, komm ran, geh an die Stange 170. Definitiv nicht im ersten Training, aber wahrscheinlich, vielleicht hast du die Möglichkeit, sehr schnell mehr Gewicht zu bewegen. Weil ich meine Bewegungskompetenzen entwickelt habe. Vielleicht, vielleicht auch nicht, je nachdem, ob man es gemacht hat. Ja, das ist ja jetzt, es geht darum, davon wollen wir ja nicht ausgehen, wir gehen ja davon aus, dass ich den Willen habe und dass ich in der Zeit auch die Zeit genutzt habe, um neue Sachen zu lernen, um meine Bewegungskompetenzen weiterzuentwickeln. Das hoffe ich. Das ist ja das, was wir den Leuten ja auch, die den Podcast jetzt hören, einfach unterstellen, dass sie das tun. Ja, wir gehen davon aus. Naja, also das ist, das ist der Maßstab, den ich ja an den Tag setze. Ja, genau. Denn ohne geht es ja nicht. Richtig, nur schwer macht schwer. Naja. Gut, dann heißt es ja im Umkehrschuss, nur schwer macht schwer, das heißt also, die Leute, die nicht schwer haben, werden dann auch nicht schwerer? Es ist viel schwerer, ohne schwer, schwer zu werden. Nur leicht macht leicht. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen, irgendwie. Ja, also wie schon, wie schon gesagt, es ist auch mit dem eigenen Körpergewicht möglich, im Training Muskeln aufzubauen. Die ganzen Kadisthenics-Dudes zeigen, wie das geht. Es erfordert meistens wesentlich mehr Skill, wesentlich mehr Trainingsaufwand, aber du lernst mit dem Training und mit dem eigenen Körpergewicht meistens sehr schnell eher neue Bewegungen, weil du dich nicht versteifst auf lineare oder axiale Bewegungen, wie zum Beispiel Bankdrücken oder Strict Press oder Seitheben oder sonst irgendwas, sondern du beschäftigst dich damit, deinen eigenen Körper gegen die Schwerkraft zu bewegen und das ist erstmal richtig gut und auch besser dafür, Muskellauf zu bauen und vor allem auch langfristig schmerzfreier und besser leben zu können. Maximalkrafttraining mit dem eigenen Körpergewicht ist definitiv möglich. Der Übertrag auf eine bestimmte Bewegung mit Gewicht ist aber immer höher, wenn du Gewicht bewegst. Das bedeutet, du kannst Muskeln aufbauen und du kannst auch besser werden in Skills mit dem eigenen Körpergewicht und dadurch wirst du am Ende auch wieder schneller besser werden können mit dem Gewicht. Aber du wirst jetzt nicht das erste Mal nach anderthalb Jahren ins Gym kommen und die lange auf den Rücken machen und du wirst wahrscheinlich dann nicht viel mehr Gewicht bewegen können als du vorher bewegt hast oder wahrscheinlich weniger je nachdem wie stark du warst. Es kann auch sein, dass du ein Jahr lang an deiner Kniebeuge-Mobilität gearbeitet hast und vorher hast du gar keine Kniebeugen machen können schmerzfrei und jetzt machst du plötzlich dein eigenes Körpergewicht oder 100 Kilo oder so. Dann kann es sein, dass Leute wie ich, die beispielsweise ein Jahr nicht trainieren könnten, nicht mehr 240 Kilo beugen, sondern nur noch 170. Weil es einfach schwer ist, das zu erhalten. Fertig. Das ist immer ganz klar abhängig vom Standpunkt, aber es sollte die Motivation dazu sein, sich einfach den Arsch aufzureißen. Das würde ich als Endwort einfach nehmen. Richtig. Sehr gut, dann machen wir das jetzt auch so. Und wer in Berlin ist, wer im Norden von Berlin wohnt und wer mit Gewicht trainieren möchte, Bock hat auf Crossfit, Bock hat auf Kurse. Wir treffen uns jeden Tag 11 Uhr und 19 Uhr im Volkspark Humboldthain. Das ist Gesundbrunnen, da wo es abends immer riecht nach Grün. Da trainieren wir, wir haben Gewichte dabei, schreibt uns einfach auf Instagram oder schreibt mir Die Kurse sind völlig für Umme, kommt einfach vorbei, meldet euch aber bitte an, damit wir genug Gewichte bei haben und dann freue ich mich auf jeden, der vorbeikommt, der Bock hat, Skills mit der Kettebell zu lernen, der Bock hat, Muskeln aufzubauen, stärker zu werden und Workouts zu ballern draußen. Und wenn ihr da Bock habt, sagt gerne Bescheid. Ansonsten bewertet diesen Podcast, schreibt mal unten eine nette Bewertung hin. Die letzten Bewertungen, die da drinstehen, die haben überhaupt nichts mehr mit Berlin-Babel zu tun, das würde ich gerne ändern. Und ansonsten wünsche ich jetzt einen ganz, ganz viel Spaß bei ihrem nächsten Training und ich hoffe, wir hören uns hierbei wieder zu einer weiteren Episode auf dem Berlin-Babel-Podcast. Ciao, ciao!